Noch wird geprobt. Am Freitag will die Juniorengarde der Blauen Funken Guxhagen gewinnen. Die acht Tänzerinnen treten bei einem Wettbewerb der Schlagerstars Vox Club an. Dafür reisen die Mädchen extra nach Kitzbühel. Die Trainerinnen Franziska Becker und Selina Marie Ackermann geben den Mädchen den letzten Schliff. Als Gewinn winkt ein Auftritt mit der Band vor mehreren tausend Zuschauern. Deswegen schauen die beiden genau, was noch verbessert werden kann. Getanzt wird zudem die Rock Me. Eine Choreografie wird schnell ausgedacht. Schließlich hat die Juniorengarde den Tanz bereits an Karneval präsentiert. Für die Mädchen und ihre Trainerinnen ist bereits die Teilnahme an dem Wettbewerb ein Riesenerfolg. Das Finale ist für die Mädchen der bisher größte Auftritt. Ein Sieg wäre die Krönung. Schaste socialism. Un swearer diese Krönung. Das Finale ist für die Jungen.